Das ist Katrin. Sie möchte sich nebenbei mit möglichst wenig Aufwand etwas Geld hinzuverdienen. Bei uns kann Katrin ganz einfach und kostenlos Informationen dazu bekommen, wie sich mit Online-Chatting Geld verdienen lässt. Katrin hat schon einige Chat-Erfahrung, da sie häufig bei Facebook mit ihren Freunden schreibt. Nun macht sie mit 15 Stunden wöchentlich 700 Euro zusätzlich. Und das macht sie alles von zu Hause aus. Ihr neuer Nebenjob macht Katrin Spaß, passt super in ihren Alltag. Das zusätzliche Geld natürlich auch. Über Neujahr will Katrin mit ihrem Freund nach Bali fliegen. Leider langt es dafür noch nicht so ganz. Zum Glück kann Katrin die Zahl der Chat-Stunden beliebig erhöhen. So lässt sich das Urlaubsgeld ruckzuck zusammenbekommen. Mit 30 Stunden Arbeit die Woche lassen sich sogar bis zu 2200 Euro verdienen. Hast du auch Interesse, wie Katrin nebenbei Geld zu verdienen? Dann bewirb dich bei uns ganz einfach unter diesem Video. Dazu musst du nur das Formular ausfüllen und abschicken. Wenn du Fragen hast, kannst du dich telefonisch bei uns melden oder direkt mit uns chatten. Schreib dazu einfach in das Chat-Fenster unter dem Video oder wähle die daneben stehende Hotline. Gerne beantworten wir dir deine Fragen. bittealam tickle. Gerne beantworten wir uns zu sagen.